Herzlich Willkommen zur Kampagne 2, zur dritten Folge. Wir spielen jetzt die zweite Kampagne weiter und hoffen, dass wir, wie ich ja schon in der letzten Folge angesprochen habe, dass wir hoffentlich diese Folge in dieser Kampagne jetzt vielleicht beenden zu können. Dann gehen wir mal zurück ins Spiel. In der letzten Folge habe ich ja damit mich verabschiedet, dass wir eine kleine Zugreise unternommen haben, vom Baltimore bis nach New York City. Aber bevor wir uns um weitere geschäftliche Dinge kümmern, gucken wir uns erstmal die Forschung an. Holen wir uns den Kuhfänger. Ein Klassiker für die amerikanischen Eisenbahnen. Moment bitte, ich bin gleich wieder da.